Hallo zusammen, mein Name ist Lukas Redis, ich komme von Waldenburg, das ist im Kanton Basel Land. Ich mache dort eine Lehre als Zimmermann und das Jugendworkcamp schenkt für mich eine perfekte Gelegenheit, auch im Ausland Leuten zu helfen und mit anderen Jugendlichen etwas für das Volk oder das Land zu tun. Und ich erwarte mir ein gutes Teamwork, dass wir alle zusammen arbeiten, dass man viel mitnehmen kann von den Leuten dort, dass man nicht nur als Touristen hingeht, sondern auch mit den Einheimischen dort etwas zu hat. Und ich glaube, das bringt einem viel mehr, als dass man einfach nur seine Ferien am Strand geniesst. Ciao zusammen, ich bin Alex Gertsch, ich komme aus Grindelwald, Bern, Robland. Zur Zeit bin ich Gymnasiast am Gymnasium Interlaken. Ich gehe mit auf das Projekt nach Afrika, um gegen die Armut zu kämpfen. Meine Erwartungen sind, ich möchte einen Einblick in die Kultur von Afrika, ein cooles Team, offene Leute, die Freunde finden und eine Reise, wo ich lange in meinem Leben erzählen kann. Hallo zusammen, ich bin Danny, ich bin 25 Jahre alt und bin ursprünglich Netzelektriker. Jetzt mache ich zwar die Matur und habe gerade eine super Zeit gefunden, um hier mithelfen zu gehen. Der Grund, warum ich zum Jugendworkcamp mitkomme, ist, weil ich es finden will. Es ist vielleicht eine der Art und Weise, wie wir Liebe zu den Mitmenschen zeigen können. Und was ich sonst vom Jugendworkcamp erwarte, ist, dass wir wirklich zusammen arbeiten und nicht gegeneinander. Dass wir einander kommunizieren, wenn etwas Gutes zum Gesehen gibt, so wie auch wenn es etwas gibt, was wir voneinander lernen können. Und ich wünsche sonst allen einen super Trip und hoffe natürlich, dass alles gut kommt. Und ich wünsche dir, dass wir uns das Gutes zum 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 G